So meine Freunde, damit ein herzlichstes Willkommen zurück zu Minekraft. Ja Leute, wir sind jetzt aktuell dabei, unseren Keller ein bisschen auszuschmücken, bauen. Sind auch schon fleißig dabei, würde ich mal so sagen. Aber wir brauchen eigentlich unbedingt mal wieder Holz. Damit wir auch mal die ganzen Kisten machen können. Geht schon wieder los ey. Die ganzen Kisten machen können, unser Lager hier unten und es wird schon wieder dunkel. Dann würde ich sagen, wir werden auch sehr viel Sand brauchen bzw. Sandsteine, weil wir haben wir uns ja vorgenommen, dass wir unseren Keller, also das Lager viel mehr so ein bisschen mit Sandstein und dekorierten Sandstein bzw. gemeißelten Sandstein ausschmücken. Ich glaube, dann macht es vielleicht erstmal Sinn, Sand zu farben. Wir hatten ja echt viel Sand eigentlich in dieser Richtung da hinten. Aber irgendwie müssen wir da auch erstmal hinkommen. Auf jeden Fall haben wir auch ganz viel gemeißelte Sandsteine gehabt da bei dieser Ruine. Hühner? Ich glaube nicht, dass das reicht. Also es kommt natürlich darauf an, wie wir das machen wollen. Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass man mit Eier auch Hühner sporen kann. Was ist das denn? So, Vögel. Ich dachte, der ist Enten. Terrakotta. Vielleicht können wir damit auch was cooles machen. Ich frage es nun was. Okay, wenn wir Ton bzw. Keramik verbrennen, kommen diese dekorierten da raus. Aber welche kommen bei orange raus? Die hier. Sehen die gut aus? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können bei der Bienkönigin, Königin ähm, Farben traden. Trilert Forest. Eine Urne können wir uns craften mit diesen Dingern. Okay. Na immerhin, ne? Vielleicht sieht das ja ganz cool aus, wenn wir ähm, den Boden unten im Lager so bauen. Aus diesen dekorierten Tonklötzen, ne? Aber da brauchen wir auch wieder einige schön. Dann haben wir eigentlich wieder so viel Dirt dabei. Dann konnte man Eier nicht eigentlich stacken? Eigentlich. Ich glaube, das sollte reichen schon. Erstmal. Ein bisschen rollen wir uns noch. Bis wir zwei Stacks haben. So. Ähm. Da hinten müssen wir hin. Ah, hier ist glaube ich brauner Ton. Kann das sein? Ich glaube, das kann man nicht abbauen, ne? Ne. Da hinten ist die Ruine. Was ist das hier? Achso. Oh. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was man damit anfangen kann, ne? Mit Kontron. Warte mal. Vielleicht steht das hier. Kontron. Erz. Diebslade. Ah. Man kann einen Generator damit. Mit Weeping Angels. Kronodyn Generator. Was soll das sein? Was macht das? Der Generator? Damit kann man überhaupt nichts machen. Das ist halt. Der Kontron in Gott ist halt wirklich von der Weeping Angels Mod. Nur. Von nichts anderem. Also man kann aus diesen Dingern einen Generator bauen. Aber was der bringt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hilft er uns gegen diese Weeping Angels, aber ich weiß es nicht. Oh. Ich dachte schon ne Ziege oder so jetzt ey. Na dann fangen wir mal an würde ich sagen. Na die ist schon wieder fast kaputt. Auch unsere Axt. Da sehe ich gerade. Warte. Und wir haben natürlich keine andere. Habe ich mir schon fast gedacht. Da müssen wir uns kurz eine bauen. Äh. Findet ihr gerade einen Sandsturm an oder so? W そう. W apprendre mal weiter. Okay. Also, zumода kommen deine Hände rein. D Healthcare Wshowungs zu, dem Buben, das Deadlock, Alter. Totes Holz. Es wird schon wieder dunkel. Nein, den Rest können wir glaube ich so einmal sammeln. Wenn wir Platz hätten natürlich. Und kaputt. Eigentlich brauchen wir auch gar nicht so viel Sand, weil letzten Endes machen wir ja eh nur die Wand. Ich bin gerade mal überlegen, ob wir im Dorf schlafen sollen. Letzten Endes reicht das nicht vielleicht? Naja. Wird vielleicht ein bisschen knapp. Hm. Was war das gerade? Das Leuchten. Hier sind noch Hühner, ich weiss nicht, sollen wir die mal einsammeln? Oh ne, sieht sich jetzt eigentlich echt an, an, ja wie sagt man, Lohn. Na, wenn der scheiß Huhn da jetzt nicht abhauen würde, so. Oh, da ist noch eins. Je mehr, desto besser. Da ist schon wieder eins da hinten. Aber egal, ich glaube drei reichen erstmal. Warum sind hier keine Monster? Oder sagen wir mal sehr wenig. Hey, ich hätte ein Eye gedroppt. Ich hätte schon wieder ein Schild gemacht. I see you. Scheiß Skelett. Auf, auf. Eigentlich könnten wir, hallo, kommt der jetzt mit? Wir können uns auch in Zukunft mal ne Creeper Farm bauen. Dann würden wir uns, äh, mit Skeletten vielleicht zusammen. Dann könnten wir uns nämlich, ähm, Schallplatten herstellen. Also, Farm quasi. Weil, um eine Schallplatte zu kriegen, muss man ja entweder die finden in Dungeons. Oder. Oh, seid ihr dämlich. So, jetzt glaube ich, haben wir erstmal einige Bühne. Da ist noch ein Huhn. Hey. Haben wir noch ein Ei? Ne, ne? Ne. Oh, hier. Aber hat auch eins gebracht. Oh. Eigentlich können wir allgemein mal ein bisschen Monster herragen. Gerade so Skelette und Spinnen machen eigentlich Sinn. Wegen Faden und Knochen und Pfeile. Aber wie gesagt, hier sind so wenig im Moment. Phantome können wir eigentlich auch mal gebrauchen. Beziehungsweise die Haut von denen. Aber ich glaube, bis die Phantome kommen, dann müssen wir ein paar Nächte nicht schlafen. Und wir müssen unbedingt mal diese scheiß Fenster da oben fertig machen. Guck mal, jetzt haben wir so ein riesiges Haus und irgendwie keine Verwendung dafür im Grunde. Beziehungsweise mit dem ganzen Platz. Wir könnten eigentlich mal auf Schiff. Oder? Sind wir da schon einigermaßen gewappnet für? Eigentlich schon, ne? Schild haben wir. Ich glaube, wir sind eigentlich ready dafür. Kommt Leute, wir gehen einfach mal aufs Schiff. Wir haben ja sogar zwei Schiffe hier. Was war das? Was? Achso. Egal aus. Oh, warte. Was ist da? Oh, Creeper. Oh, shit. Fuck. Warum gerade jetzt, ey? Warum smaunt er mich jetzt? Unnötigster Moment ever. Was ist das da hinten für ein Vieh? Was ist das da hinten für ein Vieh? Was ist das denn für ein Skelett? Ja, toll. Sind wir auch nur vergiftet. Warte, fuck. Da ist noch eins. Eigentlich können wir auch mal den Chill benutzen, ne? Oh, shit. Äh, ist denn noch eins? Stop it. Oh. Oh. Glowberries. Oh, Leute, guckt euch an, wie schön das aussieht mit dem Sonnenaufgang. Ich wollte schon Sonnenuntergang sagen. Oh, wir haben sogar einen Bogen. Aber auch... Na, obwohl, den könnten wir eigentlich theoretisch reparieren. Aber... Ich glaube, es ist einfacher, einen selbst herzustellen. So, jetzt nehmen wir den Stein. Dann bauen wir uns da gleich hoch. Ich glaube, wir können uns da sogar... Ich glaube, da sind Treppen, ne? Äh, nicht Treppen. Ähm, Leitern. Was ist das da links? Ach, das sind Spawner. Es sind mehrere Spawner. Warte mal, bevor wir irgendwas machen, zerstellen wir die Spawner erstmal. Wir haben nämlich keinen Bock. Was spawnden da überhaupt? Keine Ahnung. Ich kann ihn hier erkennen. Oha, da haut das lange. Nein. 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 Eigentlich habe ich gar keinen Bock da hoch. Alter, da ist TNT ganz viel. Holy shit. Aber warum sind hier keine Gegner? Hallo. Oh, oh. Hier sind Gegner. Reaper. Spinner. Aber das TNT würde ich gerne mitnehmen. Nice. Eigentlich hätten wir auch erstmal abladen können vorher. Kompass, cool. Oh. Leute, wir haben so viel Scheiße bei uns. Die Hacke brauchen wir aber nicht, ey. Paper und Sticks. Naja. Ich glaube, so ein Kartograf. Ding haben wir auch noch nicht, ne? Oh, cool. Amboss, aber der sieht ziemlich beschädigt. Aber komm. Oh. Und Smaragd. Ein Diamant. Nice. Oh Leute, wir haben keinen Platz. Ich glaube, wir werden erstmal abhauen, abladen und dann zurückkommen. Weil Leute, das ganze, der ganze Sand, den wir haben und die Terracotta-Dinger da, wir brauchen so viel Platz, das macht gar keinen Sinn gerade. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde auch das Haus von außen echt hässlich, ne? Von uns. Weil es ist halt so, nur ein einziges Material, was wir benutzt haben bis jetzt. Na klar, wir machen es noch hübscher. Aber jetzt sieht es im Moment echt nicht gut aus. Im Moment. Ach ja, kann man ja nicht senken. Ach Leute, wir haben auch so schon voll wenig Platz, ey, meine Güte. So, das kommt da hin, das kommt da hin. Den können wir eigentlich mal aufhängen. Die können wir mal braten. Ganze scheiß Dirt, den brauchen wir doch gar nicht eigentlich. Ich meine, klar, wir immer ein bisschen Terraforming machen wollen und theoretisch. Aber so. Jetzt kommen wir erstmal alles weg. So, das können wir direkt in den Ofen reinpacken. Sunpowder. Jetzt müssen wir später sowieso alles nochmal sortieren, richtig? Ach, den kann man gar nicht braten. Ist ja witzig. Einen tropischen Fisch. Was kann man eigentlich mit dem Manuskript machen? Manuskript. Trader's Manual. Geht da gar nicht bei. Anscheinend gar nichts. Adorn. Trader's Manual. Weißt du nicht. Jetzt müssen wir mal googeln. Googeln. Boah, wie viel Kohle wir schon haben, ey. So, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Hä? Wo ist denn die Schaufel jetzt? Hier, hä? Hä? Ich bin schon verbockt zu sein, irgendwie. So, dann gehen wir nochmal zum Schiff. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind echt coole Banner, ich will die eigentlich haben. Ich glaube da ist gerade ein Monster gespawnt irgendwo. Da kriegen wir Faden raus. Auf jeden Fall sind die Gegner richtig viel. Ob da oben auch was ist? Kommt man da überhaupt hoch? Sieht jetzt nicht so aus. Dann gehen wir mal nach unten. Alter wenn das hochgeht hier das TNT. Dann war es das auch. What the fuck? Alter ein Diamanten Pferde rüsten. Keks. Hier sind auf jeden Fall Zombies irgendwo. Wolfspawn Egg. Geil. Alter ich habe hier ein bisschen Angst gerade. Oh oh. Ich glaube die sind oben. Oh oh. Geil. Hallo kommen die denn jetzt alle her auf einmal? wir hatten oben auch noch irgendein fass hier irgendwo hatten wir hier auch noch ein fass mit diamanten und so ein scheiß wir sind schon wieder voll oder mal den ganzen steinschwerter und so schmeißen wir jetzt mal weg wäre cool wenn hier irgendwo im bett wäre damit man mal schlafen könnte das ist dunkel mein gott wie soll ich denn jetzt schlafen null feuerwerk ist doch aber wieso habe ich denn schon wieder so scheiße miet roten miet irgendwo war hier noch so eine was ist das weg hole ich glaube die sind unter uns das ist bestimmt noch ein monster spawner ok die sind gerade irgendwie zu doof dafür marak den hätte ich gerne noch diamant pferde rüstung brauchen wir eigentlich brauchen wir die jetzt nicht unbedingt wir haben ja eine diamanten hier ist ein smaragd erz ding was ich aber wahrscheinlich nicht abbauen kann da brauche ich mindestens eisen mein gott ist das wieder hell warte mal sollte ich nicht fackeln eigentlich hier oh ok also wir haben hier auf jeden fall gutes erz hab ich gar nicht gesehen hier oh die schnauze da draußen jetzt ich kann schlafen gut jetzt verbrennt alle falls da überhaupt was von euch ist jetzt können wir uns auch endlich einen bogen machen die ketten die sind eigentlich auch ganz cool ne werden wir aber wahrscheinlich nicht brauchen oh damit hätten wir ein schiff schon mal abgeschlossen wenn wir noch ein zweites sogar also ich weiß jetzt nicht ob wir wirklich alles hundertprozentig hier durchsucht haben aber gibt es nicht noch so eine captains kajüte oder so also hier ist ein lagerraum das sieht man ja oder soll es zumindest darstellen denk ich mal aber hierfür brauchen wir aber erst besseres werkzeug aber ich glaube so ein bonusraum hier oder so gibt es hier gar nicht ne geht es zumindest nicht so aus wird dann wahrscheinlich der hier hinten sein höchstens macht ja aber eigentlich auch keinen sinn wird hier nichts mehr sein jetzt außer das erz da unten aber bringt ja nichts ich würde gerne noch die fässer mitnehmen eigentlich mal die bottle die können wir doch sowieso eigentlich schon mal nutzen direkt haben wir noch eine axt ja kann man die fässer nämlich auch nutzen hä was haben wir denn jetzt eingesammelt wenn es nicht das fass war oh mein gott ey na komm die Samen die können wir eigentlich wegschmeißen ey davon haben wir eh mehr als genug zuhause den Amboss den würde ich theoretisch auch noch gerne mitnehmen aber den kann man sich zur Not auch craften frisst halt Unmengen an Eisen aber sonst weil der ist ja eh fast kaputt wieso haben wir denn schon wieder Rottenmeet dabei so so da oben weiß ich könnte da auch was sein da ist auf jeden Fall ein Schmelzofen da ist das nicht Leute warte mal da hinten waren wir schon dran ne ok werden wir uns jetzt mal hier hoch bauen und wenn es und wenn es gar nichts bringt ups dann springen wir einfach ins Wasser das ist hoch ey das ist hoch ey das ist hoch ey das ist ein Spawner alter das ist ein Spawner alter aber sonst scheint hier auch nichts zu sein mehr außer der Schmelzofen halt aber ich glaube es gibt wichtigeres oh mein Gott wird doch jetzt voll mein Tod da rein zu springen oder das ist ein Spawner alter der ist von Turmhaut wo ist er da ist noch was ne das ist der Stein da ist noch was naja ich glaube dann können wir auch erstmal abhauen coronier w w wo re 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 wenn re Soll Wollen wir irgendwas zum Verbrennen? Ich glaube nicht. So, Phantomhaut. Spawn, ey. Das würde ich eigentlich gerne behalten, weil damit könnten wir uns einen Wolf machen. Obwohl, den könnten wir eigentlich theoretisch sogar jetzt. Also nicht einen Wolf, einen Hund könnten wir uns damit machen. Ich glaube, den machen wir uns sogar jetzt mal. Nehmen wir mehr als genug Knochen hier eigentlich. Tadam. Müsste mal gucken, ob es einen Mod gibt für hunde Rüstung. Damit die nicht so schnell sterben. Ah ja. Alter, warum grummelt der so? Ist Hero Byrne hinter mir oder was? So. Naja, lass den mal rumrennen. So lange der nicht abhaut, ist mir das egal. Oh ja. Wo sind? So, Leute. Ich würde sagen, jetzt werden wir langsam aber sicher dann doch mal mit dem Keller anfangen, oder? Ja. Macht das Sinn? Wir müssten erstmal viel Terra... Wo ist denn das überhaupt? Ah ja. Das müssten wir erstmal verbrennen. Wo es nicht geht. Vielleicht mit dem Dingsofen. Oh, wie, 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 warte mal, wie... Hä? Wie kraftet man den denn nochmal? Bakery... Bakery... Oh, man. Guck mal kurz... Terra... Hä? Aber das steht Smelting. Grey... Aber warum geht das nicht? Und Crafting Table. Okay. Muss auch immer das sein, so. Aber wie machen wir uns die Dinger? Das kann doch nicht sein. Angeblich... Was da reinpacken. Ja. Kannst nicht. Das wird so hoch. Mein Terrarium. Weil... Vielleicht mit verfärbten. Vielleicht gehen ja diese Standarddinger nicht. guck mal kurz drauf los trigger. das ist orange ah ok wir müssen den verfärben glaube ich erst warte mal was nehmen wir denn da was haben wir überhaupt für farben wir haben ja gar nicht so viele farben wir haben lilac lilac wo hat er den hingeschmissen jetzt wo ist es da ach ne warte mal äh magenta 48 wenn wir die jetzt verbrennen das geht jetzt gewusst wie und da kriegen wir jetzt alter sind die hässlich scheiße ja warte mal die sind mega hässlich sehen die überhaupt einigermaßen so vom die sehen ja noch nicht mal gut aus vom stil her ach wirst du was leute wir machen jetzt einfach ganz normal so sand machen wir jetzt erstmal sandsteine mache ich die nochmal voll ob sie ich glaube hier ne ist gar nicht mal so viel aber wir hatten ja eigentlich auch noch hier viele sandsteine warte mal hier so du mal hier oben warum ist hier sigma drin das ist nicht deine höhle kollege ich würde sagen fangen wir mal hier an machen erstmal die erste wand naja jetzt haben wir hier oben natürlich direkt wasser drüber ne da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eigentlich sieht das nice aus. Finde ich. Aber jetzt machen wir hier noch ab und zu. Warte mal. Ob das reicht? Ich glaube eher weniger. Machen wir nämlich alle 10. Oder warte mal. Vielleicht können wir sogar. Wie viele haben wir denn von denen? Nicht viele. Ich glaube nicht. Das ist gut aus. Ich weiß es nicht. Also hier unten müssen wir uns auf jeden Fall einen Plattenspieler hinbauen. Quell. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ehrlich gesagt am überlegen, ob wir hier braun Terracotta hinpacken. Aber wir bräuchten ja sowieso erstmal wieder Spitzhacke. Warum ist der im Boden? Ich glaube wir haben kein Holz mehr. Was machen kann das sein? Oh nix mehr. Das ist schlecht. Das ist richtig. Das ist richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Joa, sieht eigentlich gut aus. Ja, nur das tropfende Wasser ist natürlich wieder nervig, ne? Müssen wir vielleicht zwei Schichten dann drüber bauen. Ja. 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 So, jetzt machen wir hier stets ein bisschen auf. Machen dann hier die Kisten hin. Cool. Ja. Ja. So, hier brauchen wir noch zwei Sandsteine dann. Eins, zwei, eins, zwei, eins, ich glaube das sollte passen. Ja. 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 Ob das passt jetzt? Ach fuck, war ja gar nicht so, muss ja gar nicht so weit. Mhm, 3, 1, 2, 3, naja, das wird glaube ich nicht passen, aber egal. So, ja. Ja, immer wieder witzig, diesem Typen. Oh, Junge, jetzt reicht es doch mal langsam. So, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Sand. Ganz viel Sand. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ein paar Schaufeln. Cool, der ist ja vorm Liegen hier. Jetzt schillt seine Eier. Eisen. Das ist doch nicht alles, was wir an Eisen haben. Eier. Was? Trotzdem wenig irgendwie. Ich dachte, wir werden mehr. So, jetzt könnten wir theoretisch eigentlich auch mal so langsam damit beginnen, uns einen Bogen zu craften. Ach, guck mal, jetzt noch mehr Eisen. Lecker. Hm, wäre lustig, wenn das... So, warte mal. Machen wir uns, wie gesagt, ein paar... Sticks. Da sind Sticks. Sticks, 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 Sticks. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Sollte reichen. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wüsste gar nicht, dass das geht, what the fuck. Hm. So, so, so... So, so... Oh, du Trottel, ey. Vielleicht können wir noch mal ein paar züchten. Okay, das war's. Hier könnte er haben. Oh, kommt doch nicht dran. Ja. Aber sicher in Richtung Südwest. West, Südwest. Alter. Was ist das da hinten? Das sieht nicht gut aus. Das Problem ist, da müssen wir hin. Das ist doch jetzt mein Tod, wenn ich da hingehe. Nee. Nee, nee. Holte nicht. Ich hoffe, der bleibt da hinten. Alter, was zum Teufel ist das? Was ist das? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, das ist Holz. Was soll das denn Holz jetzt? Was soll das denn? Was soll das denn? So, wir haben jetzt zwei 64er Stacks. Ich mache noch ein drittes, dann sollte das eigentlich theoretisch reichen, glaube ich. Wenn ich das jetzt sehen würde. So, ich mache noch ein drittes. So, das reicht erstmal. Jetzt holen wir uns noch den Sand, aber wo? Wo? Ich würde sagen, da wo die Ruine ist ungefähr. Also wir brauchen auf jeden Fall einiges an Sand jetzt. Das heißt, mindestens die zwei Schaufeln, die wir haben, verbrauchen jetzt, die wir hier im Inventor unten haben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Ich glaube, vielleicht reicht das auch schon, wenn wir eine verbrauchen. Eben in der Wüste, okay. Kann man machen. Na, vielleicht reicht das sogar schon. So. Gehen wir mal zurück. Also, ich will auf jeden Fall in diesem Part noch irgendwie... Ich will auf jeden Fall noch den Lagerraum unten fertig kriegen. Alter, was ist das? Ist das ein Creeper? Ist das ein Creeper, Alter? Aber was für einer, hä? Ja. 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 Da könnten wir eigentlich Obsidian herstellen. Oh. Schon wieder Regen. Ja. 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 Wenn du thế Punkt pond kommier. Ja. 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 Weiß nicht, ob das reichen wird. Wisst ihr was, Leute? Damit das einigermaßen passt hier vom Platz her, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach über den Zoo hier. Spitzhacke. Ja. 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 Das passt doch gar nicht vom Platz her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja. Wir hätten doch eigentlich einen nach hinten machen müssen, ey. Dann machen wir einfach hier einen hin, für besondere Gegenstände, richtig besondere. So ne Einser-Truhe dann einfach. Dann hat sich das... Zink ist das. Wo auch immer das ist. Uh-huh. Zink 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 Vielen Dank. Warte mal, wir haben doch noch Holz. Eigentlich könnten wir auch mal eine Werkbank hier bauen. Kurz. Ja. Dann Ofen. Sink. Oh ja. Oh ne. Wie sieht das hier so hässlich aus? Egal. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was heißt Ruhe? So, dann können wir nämlich hier schon mal die ganzen Scheiß reinpacken und sagen hier machen wir Steine rein. Alles was so Stein mäßig ist, Sand, hier machen wir so Dirt rein, ne hier machen wir nachher Holz rein würde ich sagen, hier machen wir so, ja so Sachen wie Kies und Dirt und sowas, sowohl Kies ist ja auch mehr so Stein, ne, gucken wir mal, hier machen wir alles rein was Holz ist, die können wir eigentlich schon mal placen, machen wir Werkzeuge und Waffen rein, hier machen wir Essen rein, hier könnten wir dann, ja so, sekundäre Items reinpacken, Hier kommt so, ja wie sagt man, Ähm, Erze rein, So und hier kommen die wichtigen Sachen rein nachher. Könnten wir nämlich schon mal eigentlich damit anfangen bisschen zu sortieren, Wenn wir schon mal dabei sind. Oder sagen wir mal, da kommen seltene Sachen rein. Oder hier kommen Sachen rein, unten vielleicht, die jetzt erstmal keine Verwendung haben. Also Sachen, die jetzt später noch sortiert werden müssen viel mehr. Zum Beispiel sowas wie, ähm, zum Beispiel wir haben noch keine Farming-Truhe, das heißt jetzt kommen hier sowas wie Melonsamen rein, Leder, Sachen die man halt von Farming bekommt. Das heißt, äh, Kühe, Schweine, aber Schweine jetzt vielleicht nicht. Da kriegst du ja nur Fleisch von. Kedern. Wohl String könnte da auch eigentlich rein, wegen Wolle, ne? Na egal. Na bis Lazuli, Diamanten, Prismarinkristalle. Ich weiß nicht, ob die da auch rein gehören. Machen wir mal rein. Ist gut, was, keine Ahnung was das ist. Korus Frucht. Als nächstes machen wir da eigentlich auch rein, poh. Egal, so können wir da eigentlich auch reinpacken. Was würde ich da reinpacken? Änderungen sind nämlich sehr selten. Seelenlaterne. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ach, Junge. Was ist denn dieses Scoot, ey? Was soll das sein? Warte mal, ich muss mal googeln. Was ist denn das? Ein Hornschild, beziehungsweise Hornplatte. Was ist denn das? Ach, da können wir die Turtleshells draus machen. Dann würde ich das zu Farming auch packen, ne? Das sind Schildkrötenpanzer, glaube ich. Ach, Junge, ey. So, die ist schon mal leer. Oh. Oh. Pyridium. Ich glaube das kommt dann eher hier rein. Kürbisse. Moos. Glas, wo kommen wir Glas rein? Auch erstmal da. Bücher, Weizen. Federpants. So und die Ladung ist auch schon fertig. Jetzt kommen die nächsten. Dann ist die Kiste nämlich auch schon mal leer. Obwohl wir können eigentlich auch die nächste machen. Guck mal wir haben sogar noch Terracotta hier. Das. Oh Gott. Hm. Alter. Eben wofür? Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich eigentlich auch erstmal hier reinpauern. Was war denn das jetzt für ein Spawn von dem? Süß. So, Turmhaut, die können wir eigentlich, ja, ja, können wir eigentlich auch erstmal hier reinpacken. Cool, ich glaub besser hier. Wie auch fühlen der jetzt noch kommen? Magma-Block, Stein würd' ich sagen, ne? Bildblume. Wohl, die Lederpants, die können wir eigentlich auch hier zu den Werkzeugen, Waffen und aus zum Kommen. Junge, ey. Wir haben auch so viel Crap, glaub ich, ne? Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh So Leute Aber ich würde sagen Wir werden erstmal einen kleinen Cut an der Stelle machen Dann werden wir im nächsten Part weitermachen Und dann würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Part von Minecraft Wurde rein